Musik Ich begrüße Sie recht hart zum Programm des Oda Spree Fernsehens. In wenigen Augenblicken gibt es die Meldungen des Tages und da ist natürlich etwas sehr Interessantes dabei. Unter anderem gibt es ja seit gestern die Nachricht, dass er sein Amt angetreten hat. Es war der neue Krankenhauschef von Eisenhüttenstadt, vom Krankenhaus Eisenhüttenstadt. Das wird es geben in den Nachrichten. Und noch etwas und zwar ab Mittag haben in Brandenburg die Apotheken gestreikt. Und zwar hier alles verschlossen und da sieht man dann auch den Grund. Denn man spart am falschen Ende. Das ist der Vorwurf der Apotheker in der Bundesrepublik. Denn auch in weiteren drei Bundesländern ist gestreikt worden. Und zwar hat es damit zu tun, dass Karl Lauterbach als Gesundheitsminister den Apotheken eine Kürzung verordnet hat. Und zwar bei den Honoraren, bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten. Das soll also weniger werden. Und Streiken ist ja derzeit das Instrument in Deutschland. Man sieht ja fast in jeder Branche, dass es Streiks gibt. Unter anderem ja auch bei den Piloten, bei vielen, vielen anderen Bereichen. Man streikt entweder mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen oder in diesem Fall bei Kürzungen. Das ist erst einmal der Hinweis. Aber der Streik, der ist tatsächlich nur am heutigen Tag, ja ab Mittag gewesen. Also in den kommenden Tagen ist dann die Apothekenöffnungszeit wieder ganz normal. Nimmt man mal an. Ja, soweit die Hinweise. Dann gibt es natürlich noch in unserem Programm unser Format Kino News TV. Also die neuesten Informationen, was denn in unsere Kinos dann alles in den kommenden Tagen zu sehen ist. Soweit diese Meldung und wir machen jetzt weiter im Programm.